Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit mir, dem lieben Yuma Studio Heute gibt es mal wieder ein Fortnite Video und zwar relativ verspätet Ich weiß, das hier ist nicht immer schon längst draußen, aber Ja, Season 7 ist eigentlich da Es gibt ganz viele neue Updates, ganz viele neue Chips, ganz viele neue Sachen Ganz viele neuen Scheiß You know it Ja, hier, wir sind jetzt schon bei Woche 6 Ist zwar egal, aber gut Naja, heute, stopp Ihr könnt euch kurz angucken, perfekt Das Spiel heute auf jeden Fall mit meinem krassen äh, Skin Meinen krassen Taro Skin Mit dem Vegetären Wolfshutel Und dann mit dem Torwächter Mit dem Schmortastisch und mit dem Geisterisen Und hier mit ganz krassen Emotes und so, ne Ja, also sehen Sie Ja, kann man so sagen Mega geil So, wir sind jetzt hier drin In runde Kuppenkeile Ja, das hat sich jettet Und jetzt wird auf jeden Fall ziemlich hart gewiegt Und jetzt wird auf jeden Fall Ja, das ist das 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 So es gibt ja jetzt hier so ein Geholver mit Zielfernrohr, ne, voll sexy der ist jetzt neu, ihr wollt ihn bestimmt kurz sehen hier, voll krass, ist prinzipiell wie eine Macht aber nicht so viel Schaden, aber einfach mit einem Zielfernrohr Ich werde erstmal so ein Neugierungen machen Hä? Ich habe einen Shot vollkommen auf hier drauf gehabt. Junge, da wollen wir mal ein bisschen Action haben. Hä? Was war das denn für ein Scheiß? Und da will man einmal ein bisschen Action haben, kommt gleich so ein ganzer Schwanz. Da müsste man so ein Schwanz-Strahman machen. Und dann kommt die Hälte. 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 Wow. Ah ja, das war, ja klar, das war der, der saß. Oh, geil, ich hätte den Skins bekommen. Das Skins wird bestimmt komplett lost. Ja, der ist lost. Ja, das war, ja klar, das war, ja klar, das war. Ja, das war, ja klar.